Hallo, hallo ihr Lieben. Schaut mal hier, wenn man über die Insel fährt, es gibt sogar noch den ein oder anderen blühenden Mandelbaum. Seht ihr hier im Hintergrund? Ganz wenig Grün kommt schon, da hängen noch alte Mandeln dran vom letzten Jahr. Schaut mal hier, da sind noch Mandeln dran vom letzten Jahr. Und ja, es gibt noch vereinzelt blühende Mandelbäume. Also die Mandelbüte ist fast vorbei, aber noch nicht ganz vorbei. Schaut mal heute am 20. März. Also man kann noch ein bisschen was sehen und denkt dran, heute Abend um 20 Uhr geht ein Video live von uns aus Pargera mit dem Rundgang, Sandra und mir. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr mal vorbeischaut. Schön im Hintergrund, ganz hinten sieht man es, ganz da hinten, Tramontana-Gebirge. Hier daneben steht noch mal einer, richtig schön noch in Blüte. Hier kommt schon ziemlich stark das Grün raus.